Ein Ender-Shield Und ich hör schon wieder irgendwie Special Perk Telepert Telepert Oh ne, da ist schon wieder einer mit, glaub ich Oh, doch nicht Ich bin gleich tot Ich bin vergiftet Und da kommt einer von hinten Weg mit dir Weg, lass mich Lass mich in Ruhe Warte mal, da kommt noch mehr Oh, ich muss ja erstmal äh So, den hinten wir mal, den hinten wir, den hinten wir Verpasst euch, aah Ich kann nicht, ich muss erstmal äh Was essen und Leben regenerieren Und 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 so Ich kann die wegporten, wenn die auf mein Schild hauen Die anderen beiden Hab ich weggeportet Und ich kann sie weghauen, wenn ich mit meinem Stachel drauf Zu gut, ich kann die einfach wegporten Oh, guck mal da unten, da ist ein Feld Da ist bestimmt voll illegale Drogenlager Hier Lass uns nachsehen Die wird bestimmt Gras angebaut illegal Oh, oh yeah Ich will die anhitten mit meinem Zauber, dann ist das alles halb zu wild Oh mein Gott, da kommt ein Heiler Oh mein Gott Oh mein Gott Aua, Aua Aua... Der hälische ist aber auch, istn heißer der Typ ne Ich hör's jetzt nur DAAUA Aua Aua, Aua, BOO Und irgendwie,... мама kommt von allen Seiten Und da Fein endings tut sie Hier Für mich genau ein Schreifen mal treffen Bäm! Habt ihr das gesehen? Genau, das ist ja auch der Witz hier, oder? Nein, nein, mein Ding ist weg! Oh, nein, Ding ist weg! Nein! Guck mal, der Hund! Ich bin jetzt oben am Dach! Und du, du fluch! Der Server ist grad voll am Abfragen! Wie komm ich da runter, ohne hier wieder alles zeigen? Ach, hier bin ich! Hä? Warum falle ich durch die Welt? Hilfe! Also, du stehst bei mir neben mir! Nee, irgendwie nicht! Ich komm mal neu auf den Server! Oh, dieser verfluchte Heiler! Oh wei, oh wei, was war denn das, ey? Wie standest du gerade da? Jetzt ist sogar die Düdeleimusik ausgefallen bei mir! Was? Oh, jetzt ist sie wieder da! Düdeleimusik? Was für die Düdeleimusik? Warte mal, ich versuch mal mit Pfeil und Bogen hier! Irgendwie muss ich da mal ein bisschen... Bam! Alter, der hat ne Dia-Achse fallen lassen! Ich glaub's nicht! Also ne Spitzhacke! Wieso bin ich vergiftet? Fuck! Kann er deine Feiler von denen irgendwie einen Reflect haben oder so? Oh, 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 oh! Ach, fieses Stück! Die Vergiftung, die du auf die machst, wird dann reflektiert und ich krieg die ab oder so! Oh, 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 oh! Scheiße! Oh, Scheiße! Scheiße! Oh nein! Oh nein! Die sollen auf mich draufhauen, dann kann ich sie wegporten! Ah! Ja, und dann? Dann kommen sie dann später noch... Ne, ich portle die ins End! Ich hab ein Ender-Schild! Boah! Alter Verwalter! Jo, ist ganz schön krass hier, die Kacke, ne? Boah! Die Kacke böser Mann! Ne! Ey, Dia! Das ist aber heftig! Daher mit seinem Scheiß-Schild! Ah! Au! Bam! Oh! 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 Jetzt muss ich mal kurz in mein Backpack einräumen, ey! Oh! Ich brauch unbedingt lange mal, aber da sagst du was, das ist ein guter Plan! Ich hab absolut gar keinen Platz in der Tasche mehr! So ein paar Pfeile könnte ich auch mal brauchen! Irgendwie sowas! Ne, die Axt und die Schaufel wollte ich nicht da reinschmeißen! Aber den Dia, den schmeiß ich einfach schon wieder ein Dia! NETCube wurde slain by Walker! Texas Ranger! Hallo! Ich hör irgendwas hier! Oh, verdammt! Da ist schon wieder einer! Ich mach mal hier Licht! Ey! Ach der! Habe ich da gerade irgendwie gegen ne Wand geschotzen oder warum kam der Pfeil so? Hier gibt's Essen! Aber wenn du was brauchst, ich hab genug Essen eigentlich! Ne, mitnehmen ab ins Backpack! Oh, ist schon wieder dunkel! Haben wir Betten? Ich hab nen Eisenbogen! Brauchst du den? Oh, hier sind Betten! Ich hab Eisenbogen! Ne, 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 mein Bogen ist noch gut! Ach du hast auch nen Eisenbogen, oder? Hier warst du schon drin, der ist schon gekriegt! Oh! Emeralds! Und da? Gunpowder! So! Schön! Schlafen! Ich darf nicht gehen, sonst schlafe ich gleich wirklich ein! So! Freunde! Was? Wieso? Was ist denn hier noch? Ich nehm recht! Leder! 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 Pfeile! Pfeile! Weizen! Schild! Schild! Rüstung und Schiffe wert. Backpacks finden es doof, weil die kann man nicht mehr einsortieren im Backpack. Ich müsste mal gucken, ob ich eventuell mal eine bessere Rüstung habe. Irgendwo hatte ich doch einsortiert Rüstung, glaube ich. Oder, Freunde? Hatte ich das oder hatte ich das nicht? Oder hatte ich doch? Irgendwo hatte ich doch. Oder hatte ich nicht? Ich könnte schwören. Irgendwo habe ich doch diese ganzen Eisen-Rüstung. Diese goldenen. Aber hast du die aufgesammelt? Eisenrüstung. Goldener Beinschutz habe ich. Ich habe Eisenbeinschutz. Ich habe auch Diamantenstiefel, wenn du noch was brauchst. Ach du meine Fresse. Will ich mir nur ein oder geht das da irgendwie runter? Da geht es runter. Aber wir gehen trotzdem mal runter, würde ich sagen. Damit wir da oben durch die Tür kommen, oder? Oh, da unten sind so viele. Hier unten ist noch einer. Ich glaube, den habe ich aber schon angehittet, oder? Nee, warte mal. Ich stürme todesmutig nach unten. Und der kam. Wo ist der? Der Tod, der kam. Oh, ist der hier? Ach du Kacke. Und der Walker-Boss. Alter, der Boss. Oh, da hinten. Oh, oh, oh. 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 Und noch ein Edge. Oh, und der hat ein Knockback. Und hier ist noch so ein scheiß Edge. Eddydy, ddydydy. Ja, du stirbst du zuerst. Ist mir egal wie. Sag mir nur bitte, dass ich noch mehr komme. Bäh. Mir auch. Aber der kann irgendwie nichts, oder? Ich hoffe. Oh, heilige Socke. Und ich wette, jetzt ist auch so einer, der heilt sich, wenn wir sterben. Oh, ich kümmere mich mal um Ed hier. Warte mal, ich... Ich pack mal, ich hol mal die Lanze aus der Rose. Das klingt irgendwie falsch. Was steckt denn der eigentlich so ekelhaft im Boden? Oh, guck mal, das hat die gerade übelst gezogen hier. Bam. Ich bin echt tot. Bam. Ich mach mich mal unsichtbar. Und der sieht mich trotzdem. Die Schweine. Bam. Bam. Der portet sich. Jupp, Jupp, Jupp. Also, du musst echt übel aufpassen. Das hat gesehen. Der hat in den Pfeil genau vom Kopf gestopfen. Aua. Aua. Da sind alle. Der hat nicht mehr viel. Nein. 28 hat er. Okay. Ist gleich weg. Ist gleich weg vom Fenster. Ja. Du, 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 du. Aufwärts. Hier oben, hier oben war der Sack. Ja. Und da ist wahrscheinlich wieder ne Kiste und die Krallsee wieder alles. Oh, hier sind vier Kisten. Oh ja, ne neue Waffe. Mit Goldener Bogen. Oh ja, ich werde den nehmen mal. schön dass du dich erst in die Kisten und dann nur mehr mein Leben bemühst das gefällt mir sehr gut ich hab, warum, ich mach's das doch auch immer, also kann ich das auch mal machen nur das gefällt mir nicht ja siehste, jetzt weißt du wie ich mich immer fühle du hast keine Gefühle hier ist auch ein Hook Dings, Shot Dings, Risse ja dann nimmst du mit, das ist cool das Teil sehr gut ich hab drei Stück davon jetzt irgendwie jetzt kann ich erstmal Iron Boots kommen weg, dafür kommen die Diamond Boots, Blast Protection, ja ein Ender-Schwert hab ich, wie cool ist denn das? ja ich hab ein Ender-Schild so ich hatte doch irgendwo Rüstung hier mit Brust hier, da, Golden, irgendwas da hab ich mit Sicherheit mehr Rüstung als mit dem Ding ich hab ein Backpack fast voll, ey hab ich die gleiche an Rüstung, toll hat sich ja gelohnt egal ähm das Schild sollte ich glaube ich mal anlegen dadurch hat man ein bisschen mehr Rüstung hält und so wäre mal ein wirklich deliziöser Plan ich wusste es ganz genau, dass hinter den Bücherregalen hier was versteckt ist alter alter ich hab ein Schild an so ich hab jetzt ein geiles Ender-Schwert so, ich weiß nicht wo du bist ich bin hier hinten lang gelaufen den Gang nach hinten von der Tür nach links oder nach rechts? ach da, ich seh dich da wo die Bücherregale sind hier hab ich die Truhen geplündert und? da war ein goldener Bogen drin den kannst du gleich mal haben ne, goldener Bogen hab ich Bögen hab ich zwei Stück jetzt ach so, okay hm hab ich vorhin schon schon aufgesammelt packe ich den mal in mein Backpack Pfeile werden mal oh, ich muss mich mal kratzen hier ach, mein Ohr juckt mein Ohr juckt äh, so ich hab ne Sense ne Diamantene ja und ich hab halt jetzt ein Ender-Schwert damit kann ich blocken hab ich Blockchance so guck mal hier gehen wir hier mal runter ich bin da durch ich werd dich holen okay jo, geh mal runter ich sag dazu mal lieber nix jetzt ne, ich würd gar nicht oh, wow ich sag dazu lieber nix ah ja, hier Barren, die nehmen wir wieder nehmen wir wieder alle mit da hast du noch ein neues Schwert eins von den großen oh ja, Iron Bigsport warte mal ich werd mal eben wieder Backpack füllen weil ich hab echt keinen Platz immer ey ist schon gut, dass wir die Backpacks haben hm so, das war's eins das dürfte voll sein ich mein hier weil das hat hier Protection 2 Kregnurid-Helm was auch immer Kregnurid ist ein Kregnurid halt ich weiß klingt klingt irgendwie wie wenn jemand sich erbricht aber ja, nee das klingt wie ne wie ne Darmerkrankung Kregnurid ich bin Kregnurid positiv genau so in etwa so, waren wir hier schon? ich glaube nicht ne bist du jetzt lang gedöselt ich bin hier hier runter bin ich ob du ob du komm mal mit ich hab hier noch einen geheimen Gang gefunden vorhin bevor du da runterläufst glaube ich nicht ich schon oh Tatsache ich wollte oha boah wie was in der Aussicht na das war ja jetzt ein toller geheimer Gang aber die Aussicht ist wirklich geil toll hier kommen wir jetzt nicht mehr rein ja ne irgendwie nicht so bisschen uncool jetzt ja dat war ja super krab einfach die Tür weg ja dir cheaten oder was scheiß cheater immer da muss ich erstmal Spitzhacke rausholen warum sag ich immer Spitzachst weil es ne Axt ist ja ich mein heißt ja auch Pickaxe Pickachst kannst du ist ein Pinguin ich hole ihn mal nach oben Türen weg machen ist cheaten hier warte ich mach für dich die Tür auf nein wie nett bist du denn so mal schauen was es hier noch so tolles gibt da geht es auch einfach nur nach draußen ja dat ist der Gang wo ich vorhin drin war ahja so und hier sind nämlich auch noch Türen und so wo wir noch nicht drin waren so jetzt kann ich mein mein Endersword mal ausprobieren wenn ich hier nicht gerade rumlege warum müssen hier so viele Türen sein oh ne Küche und ne Truhe wieder mit Essen wieder alles mitnehmen lecker lecker oh mein Gott hier gibt es wieder viel Crab zum sammeln oh wieder Essen 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 Oh ich hab'n brauchst du nen Köcher Essen 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 Nein davon hab' ich schon drei Stück von den Cree Dingens ja Köcher Köcher Peeples ok hast du schon sagst hier hast du alles schon gelootet warum stellst du nie ne Fackel auf damit man nicht weiß seit man da das schon drin war Fackeln sind für Anfänger ich bin vor dir schritten achso hier war mal hier geht es ja so tief bergab Ohohohohohohohohohoh Ja, möcht' ich nicht runter Bungie Jumping Oha Ich möchte schon da runter aber ich möchte irgendwie nicht äh Hilfe Mike ich komm hier nicht mehr raus Was hast du jetzt gemacht Hilfe du bist eine Burst ich zieh mich hoch zieh mich mit deinem Wettgetak ich zieh mich hoch Wie geht denn das Rechtsklick oder wie Du musst einfach Rechtsklick auf mich machen ja Wenn du mich markiert hast, sagst du, dann lass dich los. Ja, hab ich. Zieh. Vielleicht muss ich irgendwie hochgehen oder so. Warte, ich geh mal höher. Jo. Hab ich dich? Jo, kannst du mich loslassen. Perfekt. Du bist eine Wurst. So, wir sind dann fertig mit der Burg, oder? Wenn wir den Boss gekillt haben. Nee, der geht noch weiter runter. Da ist ja noch mehr zu erforschen. Hm, Höhlenforsche. Ja, Höhlenforsche, äh. Höhlenforsche, äh. Wo ist das jetzt hier? Das heißt, wir müssen erstmal wieder irgendwie einen Weg nach unten finden. Vielleicht. Das war ein Weg nach draußen. Ja. Vielleicht gehen wir den Weg, den wir gekommen sind. Die sind ja von hier gewesen, oder nicht? Waren wir hier schon drin? Nee, wir waren auch da hinten noch nicht. Guck mal hier draußen. Da ist nämlich auch noch. Oh mein Gott. Wir sind auch noch überall. Mike. Ja, du machst das schon. Du bist ja schon ein großer Junge. Komm, komm mal. Ist da nur einer. Guck ich mal hier in die Kiste. Oh, Rüstung. Also Rüstung, hör mal. Da können wir uns ja jetzt doch so langsam. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Ach, hier waren wir schon. Ach, da sind wir reingekommen. Sehr gut. Ich hab den Weg geführt, um die wir hochgekommen sind. Gegangen. Hochgegangen wurden. Ich hab nur ein halbes Herz. Mach mal, du. Ich mach das schon. Hier, der weg. Da hat er mit deinem Herz auf. Da war Bouncing. Äh? Nee. Um dich dreht sich schon wieder irgendwas. Ja, Inventar voll schon wieder. Aber hier unten müssen wir noch die Sachen plündern. Hier waren wir da noch gar nicht drin. Nee, da waren wir noch nicht. Emeralds und Eis-Essenzen. Leder. Noch nicht. Nee. Ach, da hab ich noch was, weil ich da reinpacken kann. Schade. Das da. Und das und das. Äh, da. Okay, du hast da. Dann geh ich mal hier rüber. Oh. Sind hier. Ach, hier sind Ställe. Für Pferde. Ah, endlich wieder Pfeile. Essen. Also mit Essen brauchen wir ja eigentlich gar nicht anpflanzen. Nee. Also Essen haben wir mittlerweile echt genug. Oh, hier geht's noch hoch. Oh, da ist nix. Toll. Na, dat ist ja toll. Das ist ja mörderisch. Es ist übrigens dunkel. Ja, wir können uns hier aufs Ohr legen. Die sind irgendwo betten gewesen. Ja, hier. Umdrehen, hier reingehen. Jo. La la la. La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ich freu mir. Endlich wieder schlafen. Oh. So. Äh. Riechst du das? Hast du die Hose auf? Warum komm ich hier nicht weg, du Penner? Das ist doch nicht. Da oben waren wir schon, oder? Ich glaube, ja. Alter, was machst du denn? Das, was du auch hier gemacht hast. Du Elender. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich zieh dich jetzt. Zieh dich jetzt über den Abgrund. Und lass dann los. Ich bin gespannt, ob das geht. Scheiße. Ach ne, scheiße, das geht nicht. Ich mach mal, dass wir wieder hochkommen. Wo bin ich, du? Zieh dich. Auf mich zu ziehen. Ich wollte dich wieder hochziehen, du Wurst. Ich zieh mich selbst hoch. Ich bin selber groß. So. Ach mal. Das wäre so geil, wenn man den anderen so über den Abgrund ziehen könnte. Ach ja. Äh, bauen wir ihn hier unten schon? Ah ja. Ja, da sind wir reingekommen. Ach ja, aber hier haben wir Sachen liegen lassen. Ja, weil wir hier keine Zeit hatten. Wir hatten wohl noch 36.000 Mobs. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach wieder runter, den Weg, den wir hochgekommen sind. Ja, weil da ist nichts mehr, oder? Ne, irgendwie nicht. Irgendwie nicht so. Ich würde mal ein bisschen rot. Ich glaube, wir sind die Etagen auch alle durch. Ich bin jetzt so kacken 30, ich hau mal hier auf. Ja, hier sind wir überall schon gewesen. Heißt, wir können jetzt hier runter. Oh ne, können wir. Du kannst hier abseilen. Du sollst keinen abseilen, du sollst dich abseilen. Wo bist denn du? Ich wollte hier runter kontrollieren. Du sollst auch nicht Obama ins weiße Haus abseilen. Hä? Musst du auch nicht machen. Ich lach später im Keller. Ja. Nimm aber ein Bier mit, sonst wird es nicht lustig. Ich hab ja keins. Ja, dann hol eins. Oh, hallo, eine Küche. Waren wir hier schon? Nein. Ein Kittchen. Nein, hier waren wir noch nicht. Leder und Fackeln. Emerald. Keine Ahnung, weil du dich mir in den Weg gestellt hast. Emerald und Crab. Hier geht es auf jeden Fall runter. Ja, dann haben wir wirklich die Burg jetzt schon eigentlich fertig, glaube ich. Jo, muss man die nächste. Wir könnten höchstens nur mal nach da hinten laufen, weil hier geht die Burg nämlich, weil da ist halt kein Zaun. Siehste, hier geht die noch weiter. Da sind nämlich noch Mobs. Mach mal da. Nicht so nah rangehen, sonst älterst du die. So, jetzt hat der eine dich zum Beispiel gesehen. Der kommt jetzt, bist du gleich angelaufen. Oder? Nee. Das ist nämlich das Problem. Au. Klar. Ich werde wieder direkt von Pfeilen getroffen.